Nina ist die neue Angestellte-Mitarbeiterin im Direktionsübüro der Wanmen. Nina ist Wanmen Xin Zhao der Wengong. Zu ihren Arbeitsaufgaben gehört es Termine zu reservieren, geschäftliche Korrespondence zu erledigen, Dokumente zu sortieren, zu faxen, zu kopieren und so weiter. Darf ich vorstellen, das ist Nina, unsere neue Mitarbeiterin. Frau Nina, das ist Herr Clemens, Direktionsassistent. Hier Frau Wagner und Frau Wang Xiaohong. Guten Tag, ich freue mich, Sie kennenzulernen und mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Herzlich Willkommen. Nun müssen wir nicht mehr so viel Überstunden machen. Das ist Ihr Arbeitstisch. Danke, ich bin Anfängerin. Ich werde sicherlich oft Ihre Hilfe brauchen. Kein Problem. Sie werden gleich merken, dass Ihre Kollegen alle hilfsbereit sind. Wir wünschen Ihnen einen guten Anfang, Frau Nina. Keine Sorge, wir waren auch mal einmal Anfänger. Keine Sorge, wir wurden nach Ihre E couchewellen. Nina看了一下四周,都看到办公室里有哪些东西呢? Der Tisch Der Tisch 就是办公桌 Der Zessel Der Zessel Schaffaie Der Ordner Der Ordner 文件 hier Die Aktenhülle Die Aktenhülle 文件 hier Der Fotokopierer Der Fotokopierer Der Aktenschrank Der Aktenschrank 就是文件柜 Das Faxgerät Das Faxgerät Schenzen Sie Der Computer Der Computer 电脑 那么一些办公用品 都有哪些呢 Der Hefte Der Hefte Die Heftklammer Die Heftklammer Ding-schu-ding Das Notizbuch Das Notizbuch Bee记bar Der Post-It Notizcettel Der Post-It Notizcettel Ben-Cian-Chi Der Lime Der Lime 焦水 Das Taser Film Das Taser Film 透明焦袋 Der Gummistempel Der Gummistempel 印着 Das Stempel Kissen Das Stempel Kissen Das Stempel Kissen 印尼 Kissen就是枕头 Die Büro Klammer Die Büro Klammer Büro Klammer 特指的是回行针 Der Rechner Der Rechner 计算器 计算呢 就是 Rechner 是它的动词 Die Schere Die Schere 剪刀 Der Locher Der Locher 打孔器 Der Kugelschreiber Der Kugelschreiber 圆珠笔 Kugel 就是圆珠 Schreiber 用来写东西的 那么下面我们来看一下 和行政相关的词汇吧 Die Verwaltung Die Verwaltung 管理 Der Beamte Der Beamte 官员 Die Behörde Die Behörde 行政机关 Die Abteilung Die Abteilung 部门 Produktionsabteilung Produktionsabteilung 生产部门 Verkaufsabteilung Verkaufsabteilung 销售部 Personalabteilung Personalabteilung 人事部 Der Antrag 或者 die Anträge 是申请 Die Zü Ich stelle einen Antrag für Urlaub Ich stelle einen Antrag für Urlaub 我申请 休假 这个 Antrag 一般搭配的动词 就是 stellen Der Bescheid Der Bescheid Bitte füllen Sie zuerst das Formular aus 请您先填一下 表格 Die Liste Die Liste 清单 Die Urkunde Die Urkunde 也是证明 你教大家一些 如何办公的一些词组 那么这些词组呢 都是 Nina 的工作任务 Eine Nachricht notieren Eine Nachricht notieren 是要证明信 Nina Nina muss kopieren Nina 需要去复印 Die Akzen verteilen Die Akten verteilen Nina 需要将这些文件 进行一个分类 Nina muss die Papiere ordnen Nina muss die Papiere ordnen 她需要将文件 进行一个规档 Die Papiere ordnen Die Akten Heften Die Akten Heften 将这些文件 给钉起来 Nina muss die Akten Heften Nina 需要将这些文件 都给钉起来 上班的时候 经常会有很多 小的chit chat 和同事之间 在休息的时候 进行聊天和沟通 可以促进整个部门 或者公司之间的 一个和谐氛围 那么下面呢 我教大家几句 谈论 职场生活的语句吧 比如说 Nina 的一个同事说 Ich mache überstunden Ich mache überstunden sehr oft überstunden Ich mache überstunden Ich habe immer die Nachtschicht 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 夜班 Ich habe immer die Nachtschicht 我一直都在上夜班 Nina,另外一个同事抱怨 Meine Arbeit ist zu stressig 我的工作要求真的让我承受很大的压力 Meine Arbeit ist zu stressig Bei der Arbeit mache ich jeden Tag dasselbe Bei der Arbeit mache ich jeden Tag dasselbe 我每天都在做同样的事情 Nina,另外一个同事说什么呢? Ich finde meinen Job sehr lohnend 我觉得我在工作中会给我很多的一些回报 Nina 的心态就是 Ich lerne immer etwas neues 我总能学到一些新的东西 Nina 在第一天上班都还完成了一些什么任务呢? 我们下一次见 Bis zum nächsten Mal Bye 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 Bye